Hallo und herzlich Willkommen zurück bei 7 days to die. Vor mir steht der Pizzi. Hi. Grüß Sie. Was treiben wir? Ich werde jetzt die Basis fertig bauen, wenn du den Grundstück von der Basis zukünftigen, damit wir endlich die Sachen platzieren können. Okay. Na ja, soll ich das Zeug schon holen? Ich glaube noch nicht, oder? Ganz ruhig schon. Kann ich schon? Weil dann renne ich zur alten Basis und packe ein, was ich tragen kann. Ich weiß noch nicht, wo die neue Basis ist. Und auf dem Weg dorthin muss ich noch ein paar Bäume klopfen, damit ich Holz habe. Also ja genau, eine Kuh wollte ich mal suchen. Ich kann man nicht melken, das habe ich doch schon probiert vorher in der Aufnahmebranche. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Einen Pizzi kann man nicht melken. Ich sage jetzt nichts drauf. Ja, ist auch besser so. Es ist zwar schon nach 24 Uhr, aber... Aber nicht, wenn das Video ausgestrahlt wird. Genau. Brava Pizzi. Ja, ja. Da höre ich doch was. Das sage ich ja. Ja, schrei mir denn an. Ja, schrei mir denn an. Rühlt dich jemand an? Die Medizinsachen könntest du vielleicht mitnehmen und das Leder als ersten Schritt. Ja, mal schauen. Wie viele ich tragen kann. Ja, die Handtücher, falls wir wieder schmutzig werden, dann nicht, dass wir die nächste Infektion kriegen. Oh, da nehmt. Wir spielen die Zombies mit Kerzen stehen da oben. Hm, was die wohl damit machen? Schön. So, das gibt es noch. Das machen wir schnell auf. Mhm. So, schauen wir mal auf die Karte. Script. Äh, ja, ich muss aber eher in diese Richtung, genau. Dumm, dumm, dumm. Da liegen ungelootete Zombies. Okay. Ah, Construction 20. Glückwunsch. Jetzt geht's ab. Ja, ja. Was? Ja, ja. Ist denn leicht? Nix. Du weißt, dass du bis 40, glaube ich, brauchst. Was? In der Construction Tool, oder? Ähm, ne 20. Auch für die Advanced Forge. Für die Advanced Forge 20? Die Punkte habe ich auch. Ich habe jetzt aufgespart. Ich kann es schon bauen. Ich meine, lernen. Jetzt kann ich es lernen. Und jetzt brauche ich nur mit Sachen für die Transforge. Die da wären. 200 Stein. 6 Iron Pipes. 40 Leder. Und dann sind die Bellows-Bahn und die Forge-Kräften. Alles andere habe ich. Das heißt, ich kloppe jetzt nochmal Steine. Nein, ich kloppe keine Steine. Weil ich jetzt diese Basis fertig baue. Da war was, genau. Ja, aber das wäre gut, wenn wir das dann gleich im Neuen aufhängen könnten. Ja. Oh, ein Schwän. Kill us, kill us. Nein, 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 nimm den Zombie. Aber Pizzi schaut viel leckerer aus. Oh, ist ein Tod. Gründer. So. 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 So, gehen wir auf die Straße und dann schauen wir mal. Ja, richtig so. Hab leider noch keine Kuh gefunden. Ah ja, die Tano will Kuh melken. Kuh melken. Ich hab mal extra deine Milchbehälter mitgenommen. Ja, ich hab ja auch einen. Oh, da gibt's Eisen. So, da ist der Zirkus. Ja, Pizzi. Ich meinte mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs bin ich jetzt hoch. Mhm. Oder? Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf bin ich hoch. Das heißt, wenn man jetzt noch eine drüber baut, ist das die sechste Höhe. Ja. Mhm. Das passt dir dann so. Ja, 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 ich nehm's sowieso, wie's ist. Also fertig. Na was jetzt? Ja, reicht mir. Ob's reicht, wenn wir sehen, wenn der Große da herkommt? Ich glaub gar nicht, dass er da... Ja, 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 ja. Da war dieses Mautl. Nee, ist jetzt alles keine Kühe. Von euch mag ich nix. Nein, weißt du was, ich setze da noch einen zusätzlichen drauf. Okay. Die Bauteile habe ich je. Ja. Sieht sich so aus. So, Kater. Ja. Oh, du kommst. Ja. Ich renne richtig. Ich renne richtig. So. Und jetzt? Und jetzt? Ups. Sprechen Sie, Herr Pizzi. Was und jetzt? Nix. Ich baue dir jetzt... Ich baue jetzt einmal die Holzplattform. Okay. Oh nein. So. Was denn? Naja, was? Kannst du wenigstens weniger machen? Nö. Ich kann mir, dass du raten, was jetzt in unserem alten Haus ist. Ein Zombie. Was hast du auch noch? Okay. Wir haben ja keine Schlafsäcke dort mehr quasi. Tja. Das heißt, die Zombies haben sich das zurückerobert. Was? Ich muss mir den Milchern. Oh. Ah, meinst. Oh, shit. Ich hab keiner gesehen. Ähm, was hat keiner gesehen? Nix. Ich weiß jetzt schon, dass sich der Emser drauf freuen wird, dass das wieder alles einbricht. Tja, dann schau, dass es das nicht tut, dann kann... Na, ich bin müde. Kann er sich nicht freuen. Bist du tot? Nein. Ich hab nur gerade um die Ecke geschaut und gesehen, wie viele Zombies da noch stehen. Ach, verdammt. Holz mehr. Ja. Ja, meine Schöner. Ich kann den Aufgang machen. So, ich hoffe da war schon nix mehr. Eins, zwei. Kommt mit. Wo ist die andere jetzt? Lass uns das Zeug in Ruhe. Ja. 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 Oh Haben wir jetzt alle, aber da ist da noch einer. Da hinten ist noch einer. Da ist alles sauber. Da sind noch zwei, okay. Lasst die Werkbändchen ruhen. Ben, das war's. Was ist ein Kopf? Hmmm, ich könnte es nicht mehr. Ich bin eine Farte, aber ich könnte es nicht mehr. Hmmm.. Ich hab dich gehört. So, sind jetzt meine Specs. So. So. Oh, nein, meine Specs. So. Das geht nicht. Was denn? Brauchst du Hilfe? Nein. Ich bin schon beim Zahnpacken. Okay. Das Haus hab ich schon gesäubert. Au. Da muss ich halt jetzt schauen, dass ich das teure Zeug wegkriege, weil nicht, dass die da drin was kaputt machen. Ah, die sind oben auch schon? Ja, die waren in unserer kompletten Hütte drinnen. Da waren grad, glaub ich, acht oder neun Zombies, die ich weggemacht hab. Naja, das ist ja auch das spezielle Gebäude, ne? Mhm. Und von daher überlege ich mir grad, wie ich am besten alles ohne alles mitnehme. So, die ist nicht leer. Ja, super. Ähm. Ich mein, wenn du das Leder zumindest mitnimmst, dann... Das Leder hab ich schon eingesteckt. Okay. Das ist wichtig. Ja, das hätten wir null Komma nix wieder. Naja, ohne Drain-Rack. Naja, das hab ich auch schon im Inventar. Ja. So. Ich glaub, die ganzen Zombies sind bei dir, könnte es sein. Im Moment ist bei mir ganz ruhig. Okay, ich nehm's zurück. Das bleibt da, das bleibt da, das ist mir egal. Okay. Mal wieder auf den Stein. Au, 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 au. Au! Da müssen wir ja alles hinsetzen. Mhm. Das Problem kenn ich. So. Wenn ganz ist die, 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 der Grundstock noch nicht fertig, darf ich mir noch ein bisschen, da sind mir drei losgegangen. Mhm. Ich bemühe mich. Jaja. So, mal schauen. Da war es, fertiges Essen. Ah, siehst du, ich kann mir mal den Magen vollstopfen. Mhm, mhm, mhm. Peroxidio, Hauscleaning Supplies. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Okay. Mhm. Oje. Oje. Ja, 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 ja. Was heißt oje? Naja, so viel. Achso. Wenn man so die Überlegung hat, was kann man alles mitnehmen und dann sieht man, oh, ja. Zwei haben wir den Abstand gehabt zum Springen, gell? Ja. Gut, das zweite Tanning Rack, wo geht man das rein? Ich brauche jetzt nur eins mit. So. Mhm. Den hier brauchen wir mitnehmen. So. Ich würde dich auch gerne alle mitnehmen. Wen? Naja, alles. Das sind die ganzen Geräte, die da rumstehen. Mhm. Ach, das mache ich dann. Also können. Bei einem Teil zum Beispiel von unserem Regal haben es schon weggemacht und ich hoffe nur, dass da nichts Wichtiges drinnen war. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das werden sie uns weg. Ist egal. Das erste. Mhm. 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 Das da kann ich kochen, dann ist es weniger. Mhm. Was kann ich kochen? Und dann flext du. So. Ähm. Was kann ich scrappen? Gabelstone. Gabelstone war ich. Es geht immer nur ums Stein. Echt. Das ist. Ja. Das braucht nicht. So schlimm. Weg damit. Bis mit der Axt. So. Das ist da. Ja. Zwei Munition. Ja. Die kann von mir aus da bleiben. Ja. 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 Wir haben da ein bisschen Geld. Und. Komm mal mitnehmen. Ja. Mach mal. Okay. Die Lernpunkte. Den Tischen war ja nichts wichtiges mehr. Ja. Ja. Das kann ich nicht. Ich kann nicht alles nehmen. Frames aus. Ähm. Nils. Schaufel würdest du mir doch eine neue herstellen, gell? Wenn ich die jetzt greppe. Ja. Aber nicht gleich. Ne. Ich bin jetzt auch noch nicht zurück. Also. Also. Ach so. Naja. Kann ich wieder eins mehr mitnehmen. Weißt? Mhm. Mhm. Die hab ich im... Äh. Scheiße. Mach's. Mach's. Ähm. Auch nix. Immer wenn Pizzi auch nix sagt, glaub ich ihm nicht. Ja. Weiß auch nicht warum. Alles gut. Und. Ja ja. Ja ja. Mhm. 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 Ja. 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 Mhm. 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 Ja. Noch nicht ganz. Eine Forge habe ich auch gleich leer. Okay. Dann kann ich's auch mitnehmen. Und kann ich's auch mitnehmen. Da geht's. geht. Dauert halt alles immer ein bisschen. Ja ja. 93 River Frames haben wir da. 93? Ja. Das vom... Ja vom Zirkus. Hauptsächlich. Au. Das hat keiner gesehen. Was hat schon wieder keiner gesehen? Keiner. Niemand. Nichts. Ich sag geht das jetzt. Das geht jetzt schon wieder nicht. Ich versteh es manchmal nicht. Oh Mann. Ähm. So. Also. Dann machen wir eine Klappe. Mhm. Und dann machen wir. Genau. Ich habe ja da oben noch gar nicht reingeschaut. Ja, die sollte ich natürlich auch mitnehmen. Samen bleibt da. Das ziehen wir nachher an. Das geht kann da bleiben. Federn brauchst du gerade keine, oder? Nein. Gut. Dann kann es erstmal da bleiben. Also ich meine jetzt Federn, diese metallischen Federn, ja? Ja, nein, nein. So. Die Kiste ist leer. Die Kiste kriege ich nicht leer. Die Kiste ist leer. Die kriege ich nicht leer. Ja, das muss ich unbedingt noch mitnehmen. Ja, und ich würde sagen, ob ich jemals bei PC ankomme, werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen und wir werden es erst nächste Woche erfahren, mit dem PC. Okay. Oder? Ja. 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 Naja, wir sind bei 32. Tja. Hm. Und ob mein Bauder jeweils fertig wird. Naja, jetzt hast du noch eine Menge Zeit, bis ich da bin. Also. Okay. Deine Forge ist immer noch nicht ganz leer. Ja, was soll ich jetzt machen? Nix. Aber das heißt nur, du hast noch ein bisschen Zeit, bevor ich erscheine. Also du brauchst keine Panikring, sondern du hast Zeit. Das hätte ich ihm jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen. Du hast gesagt, der Schneidtisch ist ja relativ günstig. Den hast du doch schon hergestellt, oder? Ja, ich brauchte den nur mehr platzieren. Okay, dann lasse ich den auch da. Weil dann spare ich mir das den Platz. So. Ich weiß nicht, was die jetzt dann alles wieder kaputt machen, bevor wir zurückkommen das nächste Mal. Mhm. Probierst du mal aus. Was probierst du aus? Sehr gut, das funktioniert. PC probiert irgendwas rum. Hm. So. So. Achso, ja. Ähm, also tschüss. Achso, ja. Tschüss. Pfff, 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 pfff.